Roblox, aber wenn du stirbst, wirst du gebannt. Oh, da draußen betteln sich schon alle, was geht denn da? Und wenn einer von denen jetzt gleich down gehen wird, dann wird er einfach vom ganzen Server gebannt. Das bedeutet, wir müssen heute ums Überleben kämpfen, weil sonst kann die Aufnahme einfach nach einer Minute beendet sein, wenn wir einfach direkt umgeschnetzelt werden. Und wie weit wir kommen werden und wann wir von diesem Server gebannt werden und damit sterben, das werden wir heute herausfinden. Und damit, hey Freunde, schön, dass du wieder eingeschaltet hast und wenn du keine weiteren coole Videos mehr verpassen willst, klick einfach auf Abonnieren und drängst dann eben auf die Glocke und gib dem Video jetzt schon mal gerne einen Daumen nach oben, das wird mich sehr, sehr glücklich machen. Und Freunde, wir spielen heute mal Roblox, aber wenn du stirbst, wirst du gebannt. Oh ja, ihr glaubt mir nicht, ihr werdet es aber sehen. Also hoffentlich natürlich nicht sehen. Ich hoffe, wir werden natürlich nicht sterben. Aber wir sind hier gerade hier in der Schutzzone noch. Hier drin kann man sich nicht angreifen. Ach, der ist hier reingerannt. Der ist schon fast gestorben und ist mit Panik reingerannt. Und jo, aber Freunde, da draußen gibt es keine Schutzzone. Da wird sich auf jeden Fall krass gebannt. Und diejenigen, ach, der ist hier zurückgesprungen, eine kleine Angsthase. Alter, was geht denn da für eine Action ab? Und alle Leute, die es nicht überleben sollten, werden einfach gebannt in Roblox. Und Freunde, ich weiß nicht, ich traue mich auch nicht ganz rauszugehen, ey. Was passiert, wenn ich gebannt werde? Wir brauchen irgendeinen Plan oder irgendwie sowas. Und wir schauen uns mal hier ein bisschen bei der Map um. Hier geht auf jeden Fall zu viel Action ab. Da dürfen wir auf jeden Fall nicht hingehen. Und was ist da, Freunde? Denkt ihr, wir kommen auf diesen Turm draus? Ich würde sagen, keiner beobachtet mich. Und renn, 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 Freunde. Oh mein Gott, oh mein Gott. Es geht los, es geht los. Wir sind jetzt auf freiem Schlachtfeld. Das bedeutet, oh Gott, oh Gott. Wenn wir jetzt runterfallen oder die Brücke einstürzen oder irgendeine andere mich einfach erledigen, dann werden wir einfach gebannt. Okay. Ich würde sagen, können wir hier hochklettern oder sowas? Dort drüben ist die Leiter. Da können wir hochklettern. Aber, oh, wir können ja nicht hoch. Das bedeutet, Freunde, wir müssen wieder vorsichtig über die Brücke gehen. Oh mein Gott, was geht denn da ab? Und da sind hier schon die ganze Zeit die Leute. Ich weiß nicht, sollen wir uns in einen Fight einmischen? Ich würde sagen, als erstes entspannen wir uns mal ein bisschen. Und müssen die Lage auf jeden Fall wie ein Adler beobachten. So, ab geht es nach oben. Wir klettern jetzt nach oben. Da sind wir oben angekommen. Wir sind auf jeden Fall jetzt hier der King. Ey, was geht denn da ab? Und da drüben sind auf jeden Fall welche. Auf der Insel ist auch keiner. Und wir können, ah, wir können sogar hier rüber gehen. Oh, ups, Freunde. Jetzt ganz, ganz vorsichtig. Auch hier bloß nicht runterfallen. Sonst werden wir natürlich auch gebannt. So, hepp. Aber es kommt hier gar keiner. Und wow. Oh mein Gott, ganz, ganz vorsichtig. Ab geht es nach unten. Wir werden jetzt in den Angriff geben. Drückt mir die Daumen, Freunde. Ich hoffe, ich werde nicht im ersten Fight direkt sterben. Das ist ja richtig peinlich. Und da ist einer, Freunde. Da ist einer. Und Leute. Ach, die sind alle in der Zone. Da ist einer, Freunde. Und komm her, komm her. Der rennt weg. Ey, kommt doch. Oh mein Gott. Da ist mehr, da ist mehr, da ist mehr, Freunde. Oh mein Gott, was geht denn da ab? Wir kämpfen hier um Leben. Und jetzt kommen alle, jetzt kommen alle. 76 HP. Was geht denn da ab? Ich will nicht gebannt werden, Freunde. Ich würde sagen, oh, jetzt ist keine. Komm, sie ist umzingelt, sie ist umzingelt. Oh mein Gott. Was geht da ab? Okay, Freunde, ich würde sagen, oh mein Gott. Oh mein Gott. Sie ist runtergefallen. Wir haben die erste Person besiegt. Und wir werden beobachtet. Und sie ist jetzt einfach, oh, gebannt. Und da, da kommt der nächste, Freunde. Wir müssen um unser Überleben kämpfen. Was geht denn da ab? So, jetzt ganz, ganz schnell hinterm Stein. Oh, wow. Er kommt gesprungen. Er kommt gesprungen. Was geht denn da ab? Ja, 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 Kollege. Komm ruhig her. Komm ruhig her. Dich werde ich kriegen. Was geht denn da ab? Oh mein Gott, Freunde. Ich will nicht gebannt werden. Ich will nicht gebannt werden. Nein. Wir wurden erledigt, Freunde. Nein. Wir wurden jetzt einfach gebannt. Und für 100 Robux können wir uns jetzt einfach entspannen. Oh Gott, oh Gott. Ey, das war so knapp, ey. Und da ist der, Freunde. Du hast mich erledigt, Kollege. Ja, ja, ey. Der sieht genauso aus wie ich, ey. Nur mit einem gelben Pulli. Ey, was willst du denn? Hier ist eine Schutzzone. Ich werde mich auf jeden Fall an dir rechnen. Das bedeutet Krieg, mein Freund. Komm her, wenn du dich traust. Okay, Freunde. Ich würde sagen, oh, kommt. Er kommt. Er kommt. Oh mein Gott. Er hat mich gebannt vom Server. Ich muss mich wieder reinkaufen. Aber ich würde sagen, hey, hey, hey. Du da. Komm, 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 Freunde. Wir müssen dich verfolgen. Und 3, 2, 1. Ab geht es, ab geht es nach draußen. Jetzt sind wir auf jeden Fall wieder hier in der Zone. Was geht denn da ab? Ist vielleicht irgendein Einzelner oder so auf einer anderen Insel oder sowas. Ich habe keinen Bock, hier so zu kämpfen. Weil dann hauen die mal ab. Ich würde sagen, traut sich irgendwer zu kommen. Oh mein Gott. Da kommt wer. Da kommt wer. Und ich würde sagen, wir drehen uns um. Und jetzt geht es ab, Freunde. Jetzt geht es ab. Sie wird gejagt. Komm schon. Komm schon. Oh mein Gott. Sie hat nur noch einen Millimeter Leben. Komm schon, komm schon, Freunde. Sie wird gleich gebannt. Und komm schon. Und. Wir haben sie besiegt. Und sie wurde jetzt gebannt vom Server. Let's go. Oh mein Gott, ey. Das ist wirklich zu verrückt. Ey. Und da ist einer. Da ist einer. Okay. Warte mal. Können wir hier hochklettern? Ja, wir können hier hochklettern. Das ist unsere Taktik. Okay. Ich würde sagen, wir schleichen uns wie ein Ninja. Von oben an ihn ran. Und ab. Warte mal. Er ist weggerannt. Ey. Oh. Der hatte den gleichen Plan. Und hey. Komm doch hoch. Trau dich doch. Ich will. Willst du gebannt werden, Kollege? Okay. Ich würde sagen, Freunde. Wo ist der? Er steht da unten. Er steht da unten. So ganz, ganz vorsichtig. Weiß ja, wo ich bin. Ich würde sagen, wir machen eine Sprungattacke. Und. Let's. Oh. Oh. Was war das denn? Ich wusste nicht. Oh mein Gott. Das war ein Falsschaden. Kriegt wieder 100 Robux ausgegeben. Hä? Warte mal. Oh Gott. Wieso ist mein Kopf so rot? Das war der totale Fail-Angriff. Ich dachte, wir schleichen uns alle auf einmal. Der dachte sich auch wahrscheinlich. Alter. Was ein Noob, ey. Und ich würde sagen, Freunde. Und. Let's go. Ab geht es wieder nach draußen. Ab geht es nach draußen. Wir müssen auf jeden Fall wieder zu ihm hinkommen. Wo war er? Ich will den Kampf auf jeden Fall weiter fortsetzen. Oh. Einer ist hinter mir her. Ganz, ganz vorsichtig. Ey. Und wie? Wieso habe ich so einen Tomatenkopf immer noch? Ey. Geht das mal irgendwann weg? Oder habe ich den jetzt hier mein Leben lang? Okay. Jetzt ganz, ganz vorsichtig. Folgt mir irgendwer. Okay. Die Luft ist rein. Alles ist in Ordnung. Ah. Das war auf der anderen Insel. Auf der anderen Seite konnten wir hoch. Junge, Junge, Junge. Das ist wirklich zu, zu krass, was hier abgeht. Ist der hier immer noch? Mann. Das war so ein Fail. Ey. Ich wusste nicht, dass man so viel Falsche ankriegt. Wir haben 790 HP. Oben steht hier natürlich unser Leben. Wir klettern mal vorsichtig nach oben. Von hier haben wir auf jeden Fall eine bessere Übersicht. Und jetzt bloß nicht runterfallen. Sonst werden wir wieder gebannt vom Server. Da ist einer. Da hinten ist einer, Freunde. Ich würde sagen, das ist auf jeden Fall unser nächstes Ziel. Hoppa. So. Oh mein Gott. Er springt wieder weg, ey. Er hat wieder Panik bekommen. Oder steht der schon wieder? Oder vor was ist der weggerannt, ey? Oder ist der einfach so weggerannt, Freunde? Ich würde sagen, jetzt ganz, oh, ganz vorsichtig. Bloß kein Falsche ankriegen. Wir gehen auf jeden Fall jetzt wieder hier in die Mitte. Und okay, er kommt, er kommt, er kommt. Ich glaube, er will jetzt kämpfen. Komm doch über die Brücke. 3, 2, 1. Oh, du wirst gebannt vom Server. Okay, okay. Ein heftiges Battle wieder zwischen uns. Was geht denn da ab? Oh Gott, oh Gott. Nein, 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 nein. Ich habe kein Leben. Ich habe kein Leben. Ich habe kein Leben. Wir müssen weg, wir müssen weg. Was sollen wir tun? Was sollen wir tun? Oh Gott, oh Gott. Ich habe mich voll abgezogen. Nein, 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 Freunde. Wir haben nur noch 30 HP. Wir haben weniger Leben als er. Oh, zack. Nein, 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 nein. Oh Gott, ich bin fast... Er ist runtergefallen. Oh mein Gott. Was geht ab? Junge, er hat mich fast abgezogen. Er hat mich fast abgezogen. Wie knapp war das denn bitte? Aber wir konnten ihn besiegen, obwohl wir mehr Leben haben. Er ist einfach runtergefallen. Das sah lustig aus, ey. Okay, jetzt ist er aber irgendwie zugesehen. Wir haben 37 HP. Kommen wir irgendwie rüber. Okay, hier kommen wir nicht rüber. Oh mein Gott, ey. Und er wurde jetzt gebannt einfach vom Server. Ich glaube es nicht, weil wir ihn jetzt einfach erledigt haben. Das ist wirklich ein krasser Modus, ey. Und ist er wieder zurückgekommen? Ich glaube, er ist wirklich weg vom Server. Er wurde gebannt jetzt einfach. Oh mein Gott, Freunde. Und ich würde sagen, ich will mich nicht mit euch anlegen, obwohl ich will mich anlegen. Komm her, Freunde. Oh, nee. Wir haben 7,50 HP. Okay, das ist nicht so schlau. Oh, wir haben kein volles Leben. Ich glaube, jetzt ist es zu spät. Wir werden verfolgt. Oh Gott, oh Gott. Und wir drehen uns um. Zack. Okay, wir haben einen wichtigen Hit gegeben. Den nächsten Hit gegeben. Ja, ja, ja. Jetzt ist kein Entkommen. Er rennt weg. Haltet ihn fest. Stoppt ihn. Da rennt er weg, der Angsthase. Komm doch her, Kollege. Komm doch. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Okay, okay. Ich gehe ja schon. Oh nein, oh nein. Wir haben nur noch die Hälfte vom Leben. Ich will nicht gebannt werden. Oh Gott, oh Gott. Freut mich jetzt schnell. Ab geht es nach oben. Oh mein Gott, die kämpfen unten. Die kämpfen unten. Was geht denn da ab? Und einer rennt wieder weg, ey. Jeder hat Panik. Keiner hat Bock, hier gebannt zu werden. Das ist echt mega, mega krass. In normalen Modi wird man hier immer respawned und so. Und hier wirst du einfach gekickt vom Server, ey. Und deswegen spielen alle hier ultra vorsichtig. Und was ist das denn eigentlich, Freunde? Hier ist so ein Parcours oder irgendwie sowas. Das würde ich mir auch gerne mal anschauen. Aber, oh Gott, oh Gott. Wir kommen hier nicht rüber. Wir drehen uns gleich um. Oh mein Gott, wie viele kommen da? Wie viele kommen da? Ne, ne, ne. Wir dürfen jetzt nicht kämpfen. Wir dürfen jetzt nicht kämpfen. Hau ab vor mir. Hau ab. Nein. Was? Er hat mich gehittet. Nein, 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 nein. Oh mein Gott. Oh Gott. Mann. Ich bin wieder an Fallschaden gestorben, ey. Das ist ja peinlich. Aber jetzt können wir zu diesem komischen Parcours gehen. Auf den ich sowieso Bock hatte. Wo war der? Genau dort drüben. Ich würde sagen, jetzt ganz, ganz schnell. Rennen, 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 rennen. Wir rennen auf jeden Fall hier um unser Leben. Was geht denn da? Und hier haben wir auf jeden Fall einen Parcours. Keiner ist hinter uns her. Okay, warte mal. Was ist hier? Oh Gott, oh Gott. Was steht hier auf dem Schild drauf? Super sicherer Hobby. Nur für coole Leute erlaubt. Sind wir cool, Freunde? Yeah. Manchmal sind wir schon cool. Ich würde sagen, wir sind auf jeden Fall cool genug, um diesen Parcours zu schaffen, Freunde. Drück mir die Daumen. Like das Video. Wenn du auf jeden Fall willst, dass wir den Parcours schaffen, weil sonst werden wir gebannt von diesem Server. Und ich will nicht gebannt werden. Nein. Der letzte Sprung. Ey, ach mal, Junge. Ich mach den Server reich, so viele Robux, wie ich hier ausgebe. Nur um wieder entspannt zu werden. Das kann ja wohl nicht sein. Und ich glaube, es werden auch immer weniger Leute, weil immer mehr Leute werden einfach gebannt. Und wenn man keine Robux hat, dann kann man sich auch nicht wieder entbannen lassen. Oh, da rennt einer weg, Freunde. Ich glaube, der hat wenig Leben. Ich gehe auf jeden Fall zu viel Action ab. Da hinten ist einer. Da hinten ist einer. Du bist mein Ziel. Ist hinter mir einer? Nee, hinter mir ist keiner. Komm her. Willst du gebannt werden? Und dich schnapp ich mir jetzt. Zack. 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 Oh mein Gott, was geht denn da ab? Ein krasses Battle. Oh Gott. Nein, 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 Freunde. Wir haben beide wenig Leben. Wir haben beide wenig Leben. Ein HP habe ich noch. Nein, wie viel hat er noch? Zehn HP hat er. Ich glaube es nicht. Und er rennt weg. Er rennt weg. Er rennt weg. Nein, wir müssen ihn kriegen, Freunde. Bevor er wieder in die Schutzzone kommt. Er hat es, glaube ich, überlebt, ey. Mist. Das kann er wohl nicht sein, ey. So ein. Oh mein Gott, so ein knappes Battle. Nein. Oh mein Gott. Ja, wir haben ihn erledigt. Wir haben ihn erledigt. Das war der Typ, der mich erledigt hatte. Er hat nur noch rote Leben gehabt. Er wollte gerade in die Schutzzone rennen. Aber nee, 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 Kollege. Okay, was geht hier ab? Ich würde sagen, wir sind auf jeden Fall wieder im Battle-Modus. Sie haben starten. Komm her. Achso, also der, oh, oh. Der lebt nicht mehr. Hinter mir ist einer. Oh, schnell. Oh, in die Schutzzone wieder. Junge, Junge, Junge. Was ist das denn, ey? Ist das ein Roblox-Skin? Okay, wieso hat der so einen fetten Kürbis? Junge, Junge, Junge. Der sieht ja lustig aus. Einfach der Killer-Kürbis, der sich mit jedem anlegen will. Junge, das habe ich auch noch nie gesehen. Okay, aber ich würde sagen, komm schon, Freunde. Wir gehen auf jeden Fall weiter in die Kampfzone. Oh mein Gott, er hat wenig Leben. Er hat wenig Leben. Nein, wir haben nicht getroffen. Und okay, okay. Jetzt ist es kein Entkommen für dich, Freunde. Du wirst gebannt vom Server. Hasta la vista. Okay. Oh mein Gott, hinter mir ist einer her. Hinter mir ist einer her. Hä? Was hat der denn gemacht? Der ist einfach runtergelaufen, ey. Junge, also ich dachte, jetzt kommt ein episches Battle. Auf einmal plumpst er hier die Treppe runter. Hier die Brücke runter. Ich glaube es nicht. Aber ich würde sagen, sollen wir nochmal zu diesem Parcours gehen? Ich würde einmal das Ganze nochmal probieren. Ob wir diesen Parcours hier noch einmal schaffen werden. Nein, das ist auf jeden Fall mein Ziel. Aber wir dürfen jetzt auf jeden Fall von keinem verfolgt werden. Jeder will den anderen einfach erledigen. Das ist ja ein Spiel um Leben und Tod. Okay, ich würde sagen, okay, wir sind angekommen. Oh, hinter uns kommt der über die Brücke. Er kommt. Er kommt. Nee, okay, er kommt nicht. Er kommt doch. Er kommt nicht. Was denn jetzt? Egal, egal, Freunde. Wir lassen uns nicht ablenken von den anderen. Der Kürbiskopf. Junge, was einen fetten Kopf der hat. Man sieht ihn bis hier hin, ey. Der battle sich auch. Und ich würde sagen, Freunde, komm. Oh Gott, oh Gott. Wir probieren wieder diesen Parcours zu bewältigen. Und nein. Oh Mann, ey, okay. Wir mussten uns wieder entspannen. Das kann ja wohl nicht sein. Letzter Versuch jetzt aber wirklich so ganz, ganz schnell. Oh, da ist wer, da ist wer, da ist wer. Oh ja. Ey, wieso springen die alle immer runter? Der ist einfach vor mein Auge runtergesprungen. Okidoki, der Riesenkürbis ist auf jeden Fall auch da. Und wir sind jetzt wieder... Oh, warte mal, was war das? Achso, ich dachte, das war irgendein Spiel oder sowas. Zack. Wir sind jetzt wieder beim Parcours angekommen. Und Freunde, drückt uns die Daumen. Und zack, erster Sprung easy, zweiter... Oh, nein. Okay, okay, jetzt reicht es aber. Der Parcours ist unmöglich, ey. Wie soll man das denn schaffen? Das kann ja wohl nicht sein. Aber ich würde sagen, okay, wir gehen wieder ab nach draußen. Jetzt müssen wir auf jeden Fall noch irgendwen vom Server waren. Was geht denn hier ab? Hier sind ja einfach alle. Oh mein Gott, hier geht die richtige Action ab. Der Kürbis ist da. Alle sind hier. Hinter mir ist einer, hinter mir ist einer. Nein, ich habe 9, 3 HP, 40 HP. Oh Gott, oh Gott. Leute, ich muss mich verstecken. Und ich gehe mal kurz raus. Die meisten Leute sind hier. Und dann gehen die mal so kurz raus und greifen an. Leute, schnappt mich. Ich habe wenig Leben. D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d. Und... Oh mein Gott, es verfolgt mich echt wer. Okay, Freunde, ich würde sagen. Zack. Oh nein, wir haben sie nicht getroffen. Oh, okay, okay, okay. Was geht denn da? Wir müssen eigentlich ein bisschen Leben regenerieren. Komm schon, Freunde. Wart mal, wir hängen sie ab. Und guck, guck. Haha. Ich habe sie einfach abgehangen. Was geht denn da ab? Okay, 70 HP. Wir klettern über den Stein. Wo ist sie? Wo ist sie? Wo ist sie? Und jetzt in den Angriff. Okay, Freunde. Wichtiger Hit. Zwei wichtige Hits. Ja, ja, ja. Auf einmal rennst du weg. Auf einmal rennst du weg. Oh mein Gott, da kommt noch irgendwer. Komm schon. Zack. Boom. Sie hat wenig Leben. Verfolg sie. Und okay, okay. Sie wurde gebannt. Und da ist der Nächste. Jetzt mischt der Kollege sich auf jeden Fall auch noch ein. Ein wichtiger Hit, Freunde. Und komm schon. Oh nein, er hat mich... Oh nein, 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 nein. Wir werden gebannt. Nein, 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 er hat nicht 10 HP. Ich habe sowas von wenig Leben. Was geht denn da? Renn, renn, renn. Oh mein Gott. Nein. Er hat uns bekommen. Okay, ich würde sagen, ein letztes Mal fighten wir auf jeden Fall noch. Und lassen uns einfach vom Server komplett bannen. Ohne uns wieder reinzukaufen mit Robux. Ich würde jetzt schon mal sagen, Freunde. Das sollte es heute mit dem heutigen Video gewesen sein. Wir haben jetzt einfach Robux gespielt. Aber immer wenn wir gestorben sind, wurden wir gebannt. Das ist auf jeden Fall ein mega, mega krass Action. Und ich würde sagen, oh mein Gott, wir kämpfen zum Schluss gegen den Killer-Kürbis. Aber wir haben keine Chance. Wir haben keine Chance. Nein. Und dann würde ich aber sagen, Freunde, das ist mein heutiges Video. Oh Gott, oh Gott. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn ja, liken, abonnieren und die Glocke aktivieren. Und dann verpasst auch keine weiteren coolen Videos mehr. Und dann bist du auch ein Teil der Sandexami. Und dann sehen wir uns morgen wieder bei einem neuen Video. Bis dahin. Tschüss.